beide spielten alles oder nichts keiner hinten bei der eintracht bindewald kann diesen pass von spieß nicht verhindern und bürger diesmal auf dem richtigen weg vorbei am kapitän das war's einfach bitter bitter für uns noch so im spielen abzusteigen ich glaube wenn man im kopf sich sich schon wenn man schon von allen seiten abgehakt wurde und sich auch selbst im kopf bei einem verfestigt es wird riesig schwer selbst ein eigener sich reicht nicht dann tut es nicht mehr so weh dann tut es nicht mehr so weh wie ihnen es schien doch so sicher sind viele die weinen die viele die weinen aber ich freue mich dass die weinen wenn sie einmal jetzt im moment wissen was die verloren haben wahrscheinlich gehen sie nächstes jahr machen sie wieder nochmal dasselbe meine ich ja gewinnen sie richtig einer der hauptgewinner trotz allem war stein der seine rolle als kapitän heute mehr als gerecht wurde was haben sie ihm gesagt ich habe mich dafür entschuldigt dass wir ein bisschen laut geworden sind eben was verständlich wenn man um den lohn einer ganzen arbeit gebracht wird eines jahres aber ich habe mich da glaube ich nicht elfmeter bürger an weber ich kann es von hinten nicht so beurteilen aber ich sag mal was ich sehen konnte war dass ralf ganz alleine durch ist ihn eigentlich nur ins tor schieben brauchen dann von hinten umgehauen wird aber wie gesagt sind tatsachen entscheidende kann man nichts gegen machen die enttäuschung bei der mannschaft ist riesengroß sie wirken besonders gefestigt haben sie das schon geahnt in den letzten wochen nein geahnt ich habe ich war nicht vor dem spiel relativ sicher dass wir hier die meisterschaft holen aber ich habe schon so viel im leben mitgemacht es gibt schlimmeres nehmen im nächsten neuen anlauf vielleicht haben wir nächstes hat ein bisschen mehr glück sie sagen wir das heißt eintracht frankfurt mit uli stein auf jeden also